PEGI 18 Du fühlst dich verwirrt, Kleiner? Abwesend? Bürgermeister Simpson hat geschworen, die Antiterroranstrengungen zu verdoppeln. Benjamin Walker, auch bekannt als die Stimme des Friedens. Ein bekannter Drahtzieher der Terroristen, der unsere Grenzen überschritten hat. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen. Du erzählst mir jetzt, wo bitte finde ich Benjamin Walker. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Du darfst so laut schreien, wie du willst, okay? Dort draußen ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Ich bin Crawford, ein Collaborator, aber ich gehöre schon von Anfang an zum Widerstand. Das ist die Vision, die uns die KVA verkauft hat, als sie hierher kam. Zusammenarbeit beim Wiederaufbau Amerikas. Crawford schickt eine Meldung. Die KVA weiß vom Waffenlager. Sie greifen uns an. Zeit für einen Hinterhalt. Jetzt ist auch nicht die Zeit der großen Worte. Oder der Gebete. Oder der Hoffnung. Es ist Zeit, etwas zu tun. Das ist der Stiefel, der in den Arsch der KVA treten wird. Oh, da will jemand wohl eine Demonstration? Ich weiß, ihr habt Angst. Ich halte meine Hand etwa so. Die Norx haben uns in die Ecke gedrängt. Zielpunkt? Und... Tu es einfach, du Arschloch! Ihr alle wartet auf einen Befehl. Wartet auf einen Ausweg. Das ist eine Nachricht für die Terroristengruppe, die sich der Widerstand nennt. Das ist unsere einzige Chance. Ich mag Walker, aber lohnt das Risiko für einen Mann? Eurer kleinen Revolution. Die KVA ist stärker als du! Es ist vorbei. Wir müssen hier raus. Komm schon, los jetzt! Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht.